Genau so funktioniert die Welt. Manche haben die Kontrolle und manche müssen hören. Ich bin der Typ, dem du zuhörst. Ethan, der heutige Tag wird dir noch sehr lange in Erinnerung bleiben. Aber wenn du es richtig machst, hast du eine Chance, ihn zu vergessen. Wer sind sie? Es ändert nichts, wenn man es weiß. Und ich hoffe, ich muss niemanden exekutieren, der dir nahe steht, um es zu beweisen. Ein Koffer für ein Leben. Du hast zehn Minuten, bevor alle in diesem Flughafen sterben. Alles, was du tun musst, ist gar nichts. Du hast zehn Minuten, bevor alle in diesem Flughafen sterben.